Ja oder? Ja! Hat richtig Bock gemacht. Das ist doch mies. Ich denk grad nach, ob ich die mal spiele, aber eigentlich... Ich glaube... Was ist denn bei Subbase? Was geht denn bei Subbase gut ab, Maxe? Ach komm, ich nehm mal auch die Vector. Sturmgewehre. Sturmgewehre? Hm, ja, oder... Ja, in Peace... Die meisten zocken hier mit Sturmgewehre, ja. Und G18. G18, Granatwerfer. Genau. Dann noch Eliminator. Ja, es kommt hin. Ey, aber ich bin echt überrascht, dass MW2 flüssiger läuft als MW1 mit Aufnahme. Echt? Ja. MW2 läuft richtig, richtig flüssig. Oh du Scheiß. Sollts hab ich gar nicht aufnehmen? Da ist, glaub ich, hinten grad in der Vorbereitung. Ähm, so als ob ich gar nicht aufnehmen würde. So kommt's mir jedenfalls vor. 60 Frames konstant. Ey, also es ist echt cool. Läuft. Na, bei mir ist das nicht so. Durch die Wand wieder. Aber ich muss jetzt sagen, ich hab alle Grafikeinstellungen auf niedrig und sowas. Ja. Na gut. Ach, keine Ahnung. Ich achte da immer nicht so drauf. Das ist... Wiss nicht. Das ist nicht so meint. Wissste. Oh, da kämpft er wieder in der Ecke. Mann, sind das hässliche Kunden. Dass ich sowas schon immer sehe. Was sagst du, der Roboter hat fünfmal? Oder fertig gemacht. Ja, wiss ich nicht. Hab ich noch nicht drauf geguckt. Ja, deswegen sag ich's dir. Ne, gut. Dann wiss ich ja Bescheid. Oh, da hat die Pferde gemacht mit die G18. Hä? Ach, hast du selber genommen? Oder hast du... Jetzt kommt ein Schild-Hainy. Jetzt kommt ein Schild-Hainy. Besonders die Schild-Hainy sind ja an sich nicht gefährlich. Aber die... Die... Die lenken dich so ab, dass du die... Die, die danach kommen, ja. Na komm, ein Kill noch zum Harrier. Den will ich jetzt haben. Oh! Und da liegt schon wieder einer neben dem, äh... Muss der Granatwerfer nehmen. Das geht doch nicht anders. Ist doch schon... Verarsche, kann man schon so sagen. Oha, Alter, ich hab Plünderer Pro. Mir geht gleich die Muni aus, wenn das weitergeht. Obwohl, naja, 90 Schuss habe ich, ne? Hä? Ja! Da hat einer Kommando Pro oder so'n Scheiß. Auf ehemal kommt der da... Kraft! Der ist ein Jedi. Fuck! Wieso haben die einen Payflow? Kommt der da voll ist leider. Ach man ey, was denn jetzt wieder los? Ich glaube, ich muss wieder zur Farmers wechseln. Ach nö. Ein geil! Alter! Mein Harrier hat den Payflow kaputt gemacht! Jaja, klar. Die Bekannten sich auch. Das wusste ich gar nicht. Noch nicht gesehen? Nee! Das ist das erste Mal, dass mir sowas passiert. Also... Ich hab schon öfter mal gesehen. Krass. Ich bin ja lustig. Oha, da liegt ja wirklich genug. 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 Jawoll! Oha, hat einer geschützt aufs Dach gestellt. Scheiße. Ja, ich mach's gleich weg. Ist kaputt. Ah fuck. Ja, ich hab's. Ich könnte nicht warten. Ich muss mich nochmal töten lassen. Komm geschützt? Oha. Oha, alter! Wie viel Glück muss man haben? Anscheinend viel. Du hast keine Ahnung, wie viel Glück ich gerade hatte, alter. So. Hubschrauber-Schütze, go! Oha. Oha-oh. Maaah, Messerheini! Ich... Ich... ...kanns nicht mehr sehen, hören, was auch immer. Mann, ich treffe Gain. Hehehe. Das ist doch scheiße. Die sind alle im Scheiß Haus. Oh. Jetzt muss ich zur M4 greifen, es geht nicht mehr anders. Nein, nicht zur M4! Die Noobwaffe ist schlechthin. Ja. Ja, ist es ja auch. Aber das Überraschende ist, das ist die erste Waffe, das finde ich alles witzige. Die erste Waffe, die du hast. Ja, also ich finde die gar nicht so noobig. Ich finde die ganz gut. Ne, habe ich auch nicht gesagt, aber wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann nehme ich die M4. Oh, Mann, Schmerzmittel. Was sagst du? Flawless 20 zu 0? Oh, ich bin vorletzt. Läupt! Oh, schön aus der Hüfte. Der Typ hat sich gerade umgebracht gehabt. Hast recht, Maxe. Die Vector ist eine gute Waffe. Ja, ja. Oh, derail, ey. Totales Sniper-Map. Na, was ich auch witzig fand, immer wenn ich mit dem viel zockt habe, sind wir immer irgendwie auf Quarry gekommen. Echt? Die Map ist auch, naja. Ja, man kann sie zocken, aber ich mag sie jetzt nicht so derbe. Ja, ich finde Quarry... Eigentlich wäre jetzt nochmal Afghan, gell. Ja, Afghan oder... Was finde ich denn noch ganz gut? Favela finde ich ja inzwischen auch nicht mehr so schlecht. Invasionen? Gibt's da auch nicht mehr. Ähm, auf der PS3 gibt's das noch. Kannst du nicht mehr... Ja. Ja, stimmt. Hast du recht, genau. PS3 gibt's das noch, aber PC nicht mehr. Also, es zockt niemand mehr auf das... Weil, ähm... Dave meinte. Ich weiß nicht, ob's richtig ist, aber... Angeblich ist da irgendwie ein Zeichen, was... Nicht ganz so richtig ist, irgendwie... Diskriminierend oder so eine Scheiße und dann... Ja, da hängt irgendwie... Können sie es nicht mehr zocken. Da hängt, glaub ich, das Schriftzeichen für Allah oder sowas auf einer übel... In beide Seiten zum Zocken. Ich weiß nicht, wenn du nicht, dass du... Absorbene sind nicht mehr als Westerl in der Runde sind. Aber es ist ein ein ...